Lebe jetzt, den Glauben neu entdecken. Das ist ein Glaubensgrundkurs, den ich seit einiger Zeit schon abhalte, in ähnlicher Form, den ich selber zusammengestellt habe, aus bestehenden Elementen und vielem eigenen. Und dabei habe ich festgestellt, dass vor allem der dritte Teil, Religion versus Evangelium aus Gottes Sicht, viel bewegt, herausfordert, zu neuem Denken anregt, neue Perspektiven gibt. Menschen im Glauben wirklich hilft, gut weiterzugehen, zu wachsen, sich korrigieren zu lassen, sich zu festigen. Und da ich jetzt keine Live-Version vom neuen Teil habe, habe ich mich entschieden, ein Video daraus zu machen. Das heisst eigentlich zwei, also ich möchte zwei Teile machen und das wäre jetzt mal der erste Teil zur Religion versus Evangelium aus Gottes Sicht. Ich beginne mit Matthäus 7, 21 bis 24. Diesen Text habe ich überschrieben mit Religion versus Evangelium, also wie das Thema, mein Tun oder Beziehung. Matthäus 7, 21 bis 24. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweiss sagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter! An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist mit einem klugen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen bauten. Das ist ein sehr besonderer Text. Eigentlich gibt uns Gott hier einen Einblick vor die Himmelstür und da stehen viele Menschen. Und sie bringen jetzt ihre Berechtigung vor, wo sie denken, das berechtigt sie eben zum Einlass in den Himmel. Und wir sehen, was sie vorbringen. Viele Taten vollbracht. Sie bringen ihr eigenes Tun vor und denken, das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Antwort von Jesus lest. Auf den ersten Moment schockiert das ein bisschen, aber wenn man tiefer nachdenkt, merkt man, was der Punkt dabei ist, um was es geht. Jesus antwortet ja, ich habe euch nie gekannt. Und weiter sagt er, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nie gekannt zeigt, dass nie eine Beziehung stattgefunden hat. Diese Menschen haben also anscheinend keine Beziehung zu Jesus gehabt. Sie haben auf ihre Taten, auf ihr eigenes Tun gesetzt und nicht auf das Tun von Jesus am Kreuz, nicht diese Vergebung angenommen, aus dieser Vergebung gelebt, aus dieser Beziehung gelebt, die er eben in seinem Geschenk im Evangelium anbietet. Es hat hier auch noch eine weitere wichtige Stelle, denn wenn es heisst, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und das möchte ich jetzt noch kurz anschauen, kurz eingehen darauf, was der grundlegende Wille Gottes mal ist. In 1. Timotheus 2, 3-4 sehen wir das. Da heisst es, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das zeigt uns zuerst einmal auf, dass der Mensch grundsätzlich nicht gerettet ist. Er ist getrennt durch den Sündenfall von Gott und er braucht wieder diese Rettung. Und Gottes Wille ist es, dass der Mensch sich retten lässt und dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und da möchte ich gleich einen Link zu Johannes 14, 6 setzen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also, es geht hier beim Erkennen der Wahrheit, dass man Jesus erkennt, der sagt, ich bin die Wahrheit. Diese Beziehung bekommt. Und wir sehen auch in Johannes 17, 3 unten, da geht es um Beziehung und Beziehung bedeutet einfach, jemanden zu kennen. Und dort steht in Johannes 17, 3, und das ewige Leben zu haben, heisst, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das sind mal ganz wichtige Punkte jetzt, auch wo es um Beziehung geht, um Erkenntnis der Wahrheit, dass es eben da auch um die Person von Jesus geht, um seine Aussagen, um seine Botschaft. Gut. Es gibt so einen Satz, der mir eigentlich bei diesem Thema immer wieder hilft und wo ich auch sehe, er hilft Menschen. Und dieser Satz lautet, um klar zu sehen, genügt oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. Um klar zu sehen, genügt oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. Manchmal ist man so eingeschränkt auf seine eigenen Dinge, auf die Prägungen, die man hat, und man geht mit Scheuklappen durch diese Welt und da ist es wirklich gut, jetzt sich zu öffnen, die Wahrheiten, die Schönheiten zu sehen, die Ansicht, die neue Sicht zu sehen, die uns auch Gott eben in seiner Gnade, in seinem Evangelium präsentiert. Also um klar zu sehen, genügt oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. Und das wünsche ich jetzt auch allen Zuhörern und Zusehern, dass das, wenn es nötig ist, geschehen darf. Jetzt gehen wir in den Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 23 bis 24. Da heisst es, Ich möchte hier jetzt mal auf den Fett gedruckten Teil zuerst eingehen. Zwei wichtige Punkte werden hier zuerst ersichtlich. Erstens, alle Menschen sind Sünder. Zweitens, keiner kann sich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, verdienen oder erarbeiten oder irgendwie erwirken. Das ist ganz wichtig, die wichtigen Aussagen in diesem Vers. Alle Menschen sind Sünder. So steht jeder Mensch zuerst einmal vor Gott. Gott sieht uns Menschen durch den Sündenfall grundsätzlich mal als Sünder an. Die Verbindung zu ihm ist gekappt. Es braucht eine neue Verbindung, eine neue Beziehung. Und in den Römer 3, 10 bis 18 lesen wir, Wie geschrieben steht, Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott, alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. In Römer 3, 19 lesen wir weiter, So sagt es das Gesetz, und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht und die ganze Welt steht vor Gott schuldig da. Niemand soll meinen, er sei dadurch, dass er bestimmte Gesetzesvorschriften einhält, vor Gott gerechtfertigt. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Die ganze Welt steht vor Gott schuldig da. Das ist eigentlich mal ein vernichtendes Urteil, jetzt in diesen zwei Versen, die wir gesehen haben, über uns Menschen. Vor allem im letzten auch, haben wir gesehen, es ist dann geteilt, der zweite Teil, der bringt dann wieder Hoffnung. Und da werde ich dann auch im zweiten Teil dieser Vortragsreihe noch mehr darauf eingehen. Aber mal grundsätzlich ein vernichtendes Urteil über uns Menschen, und es zeigt uns hier auch in Römer 3,19, wozu das Gesetz da ist. Es führt dazu, dass man seine Sünden erkennt. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr die zehn Gebote lest. Wenn ich die lese, dann bleibe ich immer wieder mal irgendwo hängen. Und vor allem auch noch, wenn ich auf das schaue, was Jesus noch verstärkt ausgeführt hat, wenn er sagt, dass nicht erst die Tat eine Sünde ist, sondern schon, wenn man in Gedanken an schlimme Dinge denkt, dass man sündigt. Zum Beispiel, wenn er sagt, wer eine Frau ansieht und sie begehrt, der bricht schon die Ehe. Also das Gesetz zeigt uns auf, wir sind Sünder, wir können dem Massstab Gottes nicht gerecht werden. Jetzt in 1. Johannes 1,8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünden oder Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Bisher habe ich noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, er hat gar keine Sünden. Ob die jetzt grösser oder kleiner sind, die meisten oder alle haben es bisher zugegeben. Sie machen Fehler, sie haben Sünden. Wenn jetzt das jemand behaupten würde, würde nichts anderes als Selbstbetrug geschehen. Und auch was hier noch wichtig ist, man würde die Wahrheit ausschliessen aus sich. Man würde die Wahrheit ausschliessen aus sich. Und dann nochmal zu Johannes 14,6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Also mit anderen Worten, geschieht hier etwas Fatales, wenn man diesen Selbstbetrug macht, man schliesst, damit Jesus aus seinem Leben aus, die Wahrheit in Person. Gut, ein ganz wichtiger Aspekt hier. Wir sind vor Gott schuldig. Diese Schuld ist unvorstellbar gross. Gott ist heilig, sein Wesen ist vollkommen. Wir jedoch sind oft genau das Gegenteil. Und wie schon gesagt, in den Zehn Geboten hält Gott uns den Spiegel vor Augen, um uns unsere Schuld aufzuzeigen. Sich vor Gott nicht schuldig fühlen, heisst nicht, dass keine Schuld vorhanden ist. Es zeigt nur auf, wie weit wir uns von Gott entfernt haben. Und da möchte ich ein Beispiel bringen dazu, um es verständlicher zu machen. Wenn ein Astronaut im Weltall in der Schwerenlosigkeit sich eine Last von 100 Kilo auf den Rücken bindet, empfindet er dies nicht als Last, weil er eben sehr weit von der Erdanziehungskraft der Erde entfernt ist. Je mehr er sich aber wieder der Erde nähert, desto schwerer werden die 100 Kilogramm und auf der Erdoberfläche drücken sie ihn vollständig zu Boden. Was will ich damit aufzeigen? Ich möchte aufzeigen, je mehr ein Mensch sich fortnaht, desto mehr wird ihm bewusst, wie unheilig und schmutzig er vor Gott ist. Jesaja 6,5 ist da so eine gute Stelle, das kann man gerne mal nachlesen noch für sich. Da sehen wir, wie Jesaja Gott nahe kommt und er erkennt seine Unwürdigkeit. Er erkennt seine Sündhaftigkeit. Durch die Nähe. Also es geht jetzt um Nähe und um Distanz in diesem Thema. Je mehr wir Gott nahen, je mehr werden wir erkennen, wie unheilig und wie sündig wir sind. Ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Sündenfrage und in dieser Beziehungsfrage zu Gott. Gut. Was bewirkt nun meine Sünde? Sie trennt mich von Gott. Sie steht wie ein Hindernis zwischen Gott und mir. In Jesaja 59,2 lesen wir, eure Schuld ist wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Die Sünden von uns werden als Mauer bezeichnet. Mit jeder sündigen Tat, jedem sündigen Tun kommt ein Stein dazu und dieses Verdecken zwischen Gott und uns wird nur grösser, mächtiger. Er hält damit nur mehr Distanz zu uns oder wir halten vor allem mehr Distanz zu ihm durch unsere Sünde. Wir können ihm da gar nicht wirklich näher kommen, wenn wir dieses Problem nicht lösen. Wie versucht der Mensch jetzt eben dieses Problem zu lösen, dieses Hindernis zu überwinden? Der Mensch sucht eigentlich, seit es ihn gibt, die Verbindung zu Gott. Das ist hier in dieser Grafik rechts dargestellt. Die Pfeile, die nach oben gehen und die Verbindung zu Gott suchen. Irgendwie sucht er etwas Höheres, eine höhere Macht, eine höhere Hilfe, seit es Menschen gibt. Und der Mensch tut das durch gute Werke, ein ordentliches Leben, durch Aneignen von Wissen. Man möchte, es gibt Menschen, die möchten wie Gott sein und die denken, je mehr sie wissen, kommen sie ihm da näher. Durch religiöse Übungen. Ich weiss jetzt auch von jemandem, einem ehemaligen Priester, den ich selber kennengelernt habe, der asketische Übungen gemacht hat und er hat in seine Schuhe hinein Steine gelegt, damit er Schmerzen bekommt und hat gedacht, das gefällt Gott, das bringt ihm Gott näher. Das ist wie eine Art Abbüssen, eine asketische Art, damit Gott das Eindruck machen möchte. Das kann so eine Art religiöse Übung sein. Es geht auch durch die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft. So denkt der Mensch, er kommt dieser Verbindung näher, er kann diese Verbindung wieder erlangen zu Gott, die getrennt ist durch den Sündenfall. Und ich möchte das jetzt alles mal, all dieses Bemühen des Menschen mutig unter dem Begriff Religion einordnen. Das Wort Religion kommt eigentlich aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich Rückverbindung. Es ist eigentlich eine gute Bezeichnung, ein gutes Wort für das, was der Mensch sucht, eben durch diese Verbindung, die Beziehung gekappt ist, getrennt ist, sucht er die Rückverbindung durch das eigene Abmühen. Und wir haben bereits im ersten Text gesehen, dass das nicht reicht, dass das keine Berechtigung ist, keine Eintrittskarte in den Himmel, unser eigenes Tun. Ein paar konkrete Beispiele dazu noch. Im Hinduismus steigen die Gläubigen in den Fluss Ganges und meinen, ihre Sünden im Wasser abzuwaschen. Es gibt Menschen, die versuchen durch sogenannte Reinigungsmeditationen ihre Sünden loszuwerden, in sich zu gehen, zur Ruhe zu finden. Da kann man einiges bewirken, indem man wirklich das Gewissen ein bisschen beruhigt, aber man wird die Sünden nicht los, genauso wie man in einen Fluss steigt und meint, dass man sie abwaschen kann. Man bekommt dort leider eher noch Krankheiten, weil das Wasser schon so schmutzig ist. Christliche, religiöse Menschen wollen die Sünden durch Beichtübungen oder gute Werke abbüssen oder auch durch die Teilnahme am Messopfer. Früher war das Ablasszahlungen, Messen, Lesen und so weiter und so fort. Das sind so ein paar konkrete Beispiele, wie wir Menschen meinen, die Sünden loszuwerden. Was lehrt uns jetzt die Bibel? Wir sehen hier rechts eine neue Grafik und da sehen wir, dass das Entscheidende nicht mehr vom Mensch aus geht, also die Pfeile gehen nicht vom Mensch Richtung Gott, sondern von Gott geht der Pfeil zu uns Menschen. Durch Jesus Christus, durch seinen Sieg am Kreuz, ist wieder eine Beziehung möglich, ist Gnade geschehen. Im Evangelium wird uns also gesagt, dass das Entscheidende nicht von der Seite des Menschen ausgeht, sondern von Gott. Der Mensch muss sich die Vergebung der Sünden nicht erarbeiten oder sonst irgendwie erwirken. Er muss das in Jesus Christus bereits Gewirkte nur noch annehmen und in diesen Tatsachen leben. Und das ist ein grosser Unterschied jetzt zu dem, was wir Menschen selber meinen, zu tun und zu machen, damit diese Beziehung wieder intakt wird. In der nächsten Grafik haben wir das nochmal ein bisschen dargestellt. Links haben wir den sündigen Menschen, der kein ewiges Leben besitzt. Die Sünde trennt zwischen uns und dem Heiligen Gott, der ewiges Leben hat und ewiges Leben schenken möchte. In der weiteren Abbildung sehen wir eben, der Mensch versucht es durch gute Werke, durch Religiosität, eigenes Abmühen, durch Philosophie und Wissen denken wir Gott näher zu kommen, aber auch das reicht nicht aus. Und in der dritten Abbildung sehen wir jetzt, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben durch das Kreuz, eigentlich durch seinen Sieg am Kreuz, diese Möglichkeit geschaffen hat, zur Vergebung, zur Beziehung wieder mit dem Heiligen Gott. Wir müssen auf diesen Weg gehen, wir müssen diese Wahrheit annehmen, wir müssen dieses Leben bekommen. Das ist das Ziel und der Sinn des Evangeliums, das uns Gott zeigt und lehrt durch die Bibel und durch seine ersten Nachfolger auch und durch Jesus Christus. Hier habe ich jetzt zwei Zitate. Zuerst das Zitat eines religiösen Menschen. Der hat gesagt, so lege ich mein Vertrauen auf die Glaubensgemeinschaft der Kirche, die uns diesseits und jenseits des Grabes verbindet. Demgegenüber steht jetzt das Zitat eines Christen. Es ist am Römerbrief, Kapitel 3, Vers 26 und Paulus hat dort geschrieben und gesagt, durch Jesus Christus hat Gott jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Oben sehen wir wieder, es geht um Vertrauen von Menschen oder in Menschen. Wenn wir jetzt den Link wieder zurücksetzen zum ersten Eingangstext, aus Matthäus, wo man auf seine eigenen Werke oder die Werke eben vielleicht von Institutionen gesetzt hat, da geht es um dieses Vertrauen. Und unten im Vergleich geht es um Beziehung, in das Vertrauen auf das, was Jesus getan hat, was Jesus gesetzt hat. Das ist der grosse Unterschied, wenn man sein Vertrauen auf Jesus setzt, auf das, was er uns gebracht hat durch seine wunderbare Botschaft und durch seine Möglichkeit der Vergibung. Das ist ein grosser Unterschied, der sehr, sehr wichtig und relevant ist für unser, für mein Leben. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 20 bis 21, Lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, Jesus Christus, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Lasst euch versöhnen mit Gott. Was für eine wunderbare Einladung, was für ein wunderbarer Aufruf auch, gerade an Menschen, die versuchen, durch ihr eigenes Tun, durch Religiosität, Gott zu gefallen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kehrt um. Kommt zu mir. Jesus ist das Entscheidende. Den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Diese Beziehung ist nötig, diese Umkehr ist nötig, diese Versöhnung ist relevant, wichtig und nötig. Soweit jetzt mal zu diesem ersten Teil zum Thema Religion versus Evangelium. Ich hoffe, wir haben schon etwas vom Kern verstanden, wo es eben darum geht, ob ich mein Vertrauen in erster Linie auf mein eigenes Tun setze, auf meine Leistung usw. und so fort oder auf das, was Gott uns schenkt in seiner Botschaft, in seinem Evangelium. Und da möchte ich schon mal sagen, viele Menschen verstehen, wenn uns das Geschenk angeboten wird, der Vergebung und der Versöhnung, dass es jetzt jedem gehört. Aber ich möchte da schon mal voraussetzen und im zweiten Teil dann noch ausführen, ein Geschenk gehört erst dann mir, wenn ich es auch wirklich angenommen habe. Und das soll in dieser Beziehungsfrage geschehen, wie wir im ersten Text gesehen haben, hat diesen Menschen die Beziehung zu Jesus leider gefehlt. Sie haben dieses Geschenk nicht wirklich angenommen. Sie haben es nach eigenen Wegen und eigenen Mitteln versucht, umzusetzen und zu erreichen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt weiterhilft, dass dieser erste Teil schon mal eine gute Einsicht gibt und uns hilft, wenn wir Korrektur nötig haben, wenn wir einfach Vertiefung nötig haben. Ich danke einfach Gott dafür, dass er uns das so klar zeigt und uns so klar aufdeckt, um was es geht, was wichtig und was relevant ist. Und ich hoffe einfach, dass da wirklich Wachstum geschehen kann, ein Weitergehen geschehen kann. Und wenn man schon auf dem Weg ist, diese Beziehung, um diese Beziehung schon weiss, dass man einfach Dankbarkeit bekommt für diese Beziehung noch mehr. Und wenn man jetzt merkt, da fehlt mir ja das Wesentliche noch, dass man sich da auf den Weg macht zu dieser Beziehung. Ja, und in diesem Sinn möchte ich einfach danken fürs Zuhören, fürs Anschauen und möchte auch ermutigen, dann den zweiten Teil, der noch viel tiefer geht, noch viel klarer wird, noch viel direkter die Dinge aufzeigt, anzuschauen und anzuhören. Und ich wünsche Gottes Segen dabei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.